sarah auch willkommen zu let's play rabbits go home together zu gast bei mir ist adrian alias habe aus long steve land möchte hallo sagen hey gut wir beide nicht und haben uns gesagt scheiß drauf wir machen das mal so anleitung zwei spieler wieso sie finden wir raus neues spiel und wo es nicht getroffen ja nie spiel hardware wird überprüft muss den mann schütteln es befindet sich ein fremdartiges objekt fremdartiges objekt identifiziert dieses spiel wird mit einem hasen in der wii familien gespielt du kannst mit einem hasen kommunizieren indem du die wii familien schüttelst oh gut weiter drücker armes haben zu beginnen hat ein bisschen an die geil ist das spiel jugend frei da kommen wir schon halb 6 so spielt schon auch früh dunkel da Müssen wir uns alle nach Hause bringen, oder wie? Geiles Höschen. Ich glaube, wir müssen die zum Mond bringen. Mit Müll. Easy. So, weißt du bescheidestes der Auftrag? Äh, ja, gut. Okay, mit dem Mondstag steuere ich den. Ich steuere offenbar den mit dem roten Stangen. Was machst du da? Du schießt oder was? Dein Team ist bereit, du kannst jetzt beginnen, den Stapel mit Kram zu fördern. Drücke A. Drücke A, um Gas zu geben und ruckzuck die Blaskapelle zu erreichen. Ja, das ist ein bisschen. Ja, hüh. Hast du hier mit A beschleunige ich? Ach, werden wir mit dem was machen müssen? Hast du der gelbe Kontrolle aus meiner? Dann Team ist auch nicht normal. Danke, ja, 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 ja. Ich kann Häschen werfen. Okay. Und mit ganz Munition, oder? Für mehr ist es wie die Kamel, der sag ich hier. Ja. 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 Also wir können beide offenbar... Ne, ich kann keine Hasen werfen. Was ist das hier? Sondern du? Aber ich glaube wir können... Ah! Ja, nimm doch den Scheiß. Hier nochmal. Einfach überfahren. Warte. Das ist die Kapelle, aber wo noch hier... Ach, du kannst ja auch durchschießen, also, ja. Bringe dem Lumpensammler-Hasen 50 eingekreiste Stücke Kleinkram, um mit dem Stapel loszulegen. Easy! Bip-dip-dip-dip-dip-dip. Also gehen wir weiter? Ja, nein nein. Wir müssen noch geschätzt, steht hier einsam. Ist so shit. Ja, wie viel sechs haben wir erst? Reicht, dass du drauf zeigst? Ja, ne? Das reicht nicht drauf, ich kann auch nicht schießen. Nö, irgendwie mal dann. Das glaube ich nicht, warum ich glaube ich nicht. Aber ich kann es mal mit mehr Anlaufversuche, ne? also spiel 2 ist eigentlich mehr das kann aufgesetzter modus irgendwie ich glaube wir können die positionen wechseln da würde ich mal vermuten oder nicht ja also geht hast du macht auch nicht plus hast du macht nichts minus minus gibt mir ein menü ich möchte fortsetzen schüttel mal deinen anschlag vielleicht ich schüttel das anschlag das schüttel noch da vorne alle haben wenn du das anschlag schüttel macht das gleiche wenn das anschlag schüttel du bist du hier so hieß mal kram auch der octopus oder und strecken ok ja er wird gerade waren auf einer hinter uns ja sich ja nicht die noch mal gas da jetzt also ich hätte ich kann sogar betreuen muss die über 1 an ja dann brauche ich die familie noch gar nicht mehr überwürfst unseren hasen und hasen ob steht hier noch schützt ist hier was drin neu wo steht hier ist schild der ob steht dass das noch schützt das ist wie ich fahre erst mal hier am rand lang dass wir rausgekommen wir haben erst 28 meter unbegrenzt hasen das m steht für material muss man durchbrechen ja wahrscheinlich da müssen wir woanders hin wo sollen wir noch lang aber der sprung aber vielleicht wieder ein boost perfekte sprung oder was alle im tauben eingesammelt noch mal jetzt mal schneller sein mit gasten rum so wie sie oder ja ich muss ja nicht steuern war aber da oder was das auge wo wir sind fast ja für sie hat das hier kann 52 und 50 ja dann driften will gelernt sein da siehst du wohl shit uns wieder abschließend muss ich hab ich nicht so einsam mich früher zeige ja ach so man ja noch dass ich weiß dass ich mein normalen müssen wir eigentlich ist ein schrottplatz oder platz sieht uns so aus würde ich sagen und hier sind wir diese ort so dinge die sind auch nicht so einfach zu treffen da habe ich noch ein bisschen auf den sack mit dem ganzen ton heraus kommt ja so ein scheiß mögen aber ich bin bei der remote leiser machen wo war das noch mal wo du kannst auch die nächste neue dings verbrauchen batterien aber dass die rummeln natürlich muss er drummeln logic ist fleißer noch ein leiser und wir können bei dem abrücken oh ja schon jetzt bin ich schon ja bei der auftrag war ja nur 50 dinge aufzugeben ja aber der boden ist lauer der boden ist lauer schild so gehen wir alles hin hier hat sie das fische wir haben dafür schon mit drin und schon mal 35 meter erreicht so hi das hat doch früher mal so musik die dies mit den schlimmsten weißt du wo die irgendwelche normalen schrathits gekappert haben mit ihrem text warum geht es von den hasen nicht sowas keine ahnung warst du denn nur sowas die haben endlich erkannt mit 50 schrotteinheiten kann man keinen tor bauen oder wo haben wir denn die puppe eingesammelt noch 25 meter äh 85 meter rest überfahren den globus schade ja komm oh was nun die mahlzeit weg geh durch das ruhr direkt vor dir in richtung stadt da findest du richtig dicke dinge ach wenn wir bis zum mond kommen wollen brauchen wir möglichst viel klein und großkram auf in die stadt na dann auf in die stadt was er nur noch übergib dein kram dem lumpensammlerhasen und dann gib Gas wir haben dann hin das hat er alles wuuu sie machen aber auch krach nein wir sind voll abgewogen ich glaube auch ich habe nur raving rabbits 1 gespielt damals gab es solche zeichnung glaube ich noch nicht ne ich glaube nicht haben wir einfach geklaut schauen bis der arzt kommt ja das machen wir in der nächsten folge wie hat's dir bisher gefallen erster einbruch ich find's ganz lustig alles klar gut dann sag ich erstmal danke fürs zusehen bis neulich tschu